die 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 auf dem reiz und gibt es und ja ich nachhaltende bist du und zwei mal was wir so in der ersten in der ersten zwei drei tagen also ich mein team er kommt und er ist in einem team in street pvp skid pvp und mantaplace und er ist einfach mal kurz und kisten hier der besondere stuff kommt noch die volt darf ich euch nicht zeigen beziehungsweise eigentlich kann ich sie euch schon zeigen so hier bisschen obby so hier die sachen picke schwert ich weiß gar nicht was die fackeln da dran machen die chainristen und ja dann werde ich euch einfach mal meine ganzen ghost zeigen nehmen wir mal zu go obby 1 hier kann ich so ein bisschen obby farmen und so und ähm hier machen wir mal go portal hier habe ich ein never portal und ähm go list ähm go go hole also hier farme ich immer bischken obby auch und äh hier ist auch noch eine ganz geile höhle eigentlich dann gehe ich mal go tracker hier ist unser tracker go list habe ich noch go xp haben xp farm lol ich glaube sie wurde geradet dann schaden darf ich euch nicht zeigen das tut mir leid weiß ich gar nicht was das war dann zähle ich einfach mal dorf 1 ja da haben wir so ein dorf gefunden was aber vorher schon gefunden wurde von cube bin ich jedenfalls der meinung denn die cube base ist ja auch irgendwo da näher das ist ein dorf und die koordinaten werde ich nicht sagen dann gehen wir go mehr das dorf ist irgendwo weiter in dieser richtung ja hier kommt halt mehr und wir sind ja auch schon ziemlich am rand der map dann gehe ich mal go pvp bank und ja die ist noch nicht so krass hier fehlt auch momentan einiges und hier aber ich muss die potz mal von unser von unserem hq denn da habt ihr vielleicht schon gesehen dass wir eine potmaschine haben ich darf euch nicht das prinzip zeigen und ja hier unten sind halt wie gesagt ein paar pots drin und deswegen so muss ich einmal so machen also wie gesagt darf ich euch nicht zeigen weil zu viel davon aber ja so in etwa war es das um die mann kohlen ist ob ich irgendwas vergessen habe ich kann noch mal komisch eins machen haben wir seit so einer pilzinsel pilz island wie auch immer wo aber schon alle dings ist gekillt werden und ja dann gehen wir nochmal gold ist und wir gehen jetzt ähm zu slash go afkar da habe ich mir so eine kleine afkar base gemacht und ja hier war hatte ich früher immer so ein paar öfen stehen halt zum schmelzen halt zum afkar sein und äh ja ähm go list go tiere hier habe ich mir in go gesetzt weil ja eigentlich relativ viele tiere waren und dann habe ich noch go wood hier hole ich mir eigentlich die ganze zeit immer nur holz ähm wie man auch sieht hier ist schon einiges abgeholzt und äh ja dann was ist eigentlich schon ich werde die mako würde ich mich bedanken fürs zuschauen wir sehen uns beim nächsten mal und ich versuche noch ein paar raid videos hochzuladen also wo wir auch raiden aber momentan sind wir halt noch ein bisschen am farben weil wir gerade erst geradet wurden und deswegen ja sehen wir uns beim nächsten mal bis dann tschüss